Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich auf dem Strategiewochenende des CVDM. Hier treffen sich die Arbeitskreise, um miteinander zu planen. Das Strategiewochenende 2012 steht unter dem Motto Schule und Jugendarbeit. Dazu hat uns Tobias Klug heute Morgen ein Impulsreferat gehalten, wo er die Schwierigkeiten, aber auch die Chancen aufzeigte und vor allem uns deutlich machte, welche Verantwortung wir als CVDM gegenüber den Jugendlichen haben. Darüber und über eigene Themen wird jetzt in den Arbeitskreisen diskutiert. Wenn ihr wissen wollt, welche Arbeitskreise es gibt und worum es in den Gremien geht, dann könnt ihr das unter www.cvdm.de nachlesen. Wenn auch ihr uns etwas zum Thema Schule und Jugendarbeit mitteilen wollt, dann schreibt uns per E-Mail oder auf Facebook oder kommentiert diesen Blogbeitrag.